Und der zweite, der Filou, der war, haben wir gesehen, das ist der größte. Und der war eigentlich auch, da wollten wir auch so ein bisschen nachkommen. Der Meier, ja. Und das war von sechs Wäldern der einzige, der so richtig war, der war, das geht schon gut. Ja, 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 ja. Gut, auseinanderhalten wird er gesehen auf dem Video nachher nicht. Ja, das denke ich auch, ja. Das ist meiner Meinung nach der Zweierröte jetzt wieder. Also der, der, den ich sage, der Eins, der größere, der ist vom Körperbau kräftiger. Das ist die Röte. Ja, der ist vom Körperbau kräftiger. Ja, der ist vom Körperbau kräftiger.